Guten Abend meine Lieben! Ja, warum liege ich im Bett? Und warum zeige ich euch das? Wenn ihr wüsstet, was ich hier in der Hand habe! Ich liege im Bett, weil ich ins Bett muss. Es ist 10 vor 9 und ich bin mega aufgeregt. Ich freue mich total doll auf das Treffen morgen. Und ja, ich habe so eine tolle neue Erfindung hier, die ich morgen mitbringe. Das wird morgen ein total neues Treffenerlebnis. Ich freue mich tierisch auf euch. Ich hoffe, ihr habt mindestens so gute Laune wie ich. Ich gehe mir schon selber auf den Keks, deswegen gehe ich ins Bett. Und ja, morgen das erste Treffen startet um 10. Wir treffen uns auch nochmal um 17 Uhr und um 19 Uhr. Denkt dran, morgen ist nur eine halbe Stunde. Bringt alle mit. Evil Full House. Wir werden die Welt verbessern. Seht ihr? Ich bin total aufgedrallert. Ich gehe jetzt ins Bett. Schlaf gut, meine Lieben. Ich freue mich auf morgen. Bis morgen. Ciao.